Der gefürchtetste Ninja. Ich bin der erste Ninja Warrior Germany. Gemacht für den Doppelparcours. Ich find's geil, weil du da einfach Vollgas geben musst. Wer bietet ihm im Duell die Stirn? Die spärlich sind da! Geübte Akrobaten. Oh, guck dir das an! Gegen verbissene Titelverteidiger. Was ist mit denen denn los? Beide gleich auf! Jetzt wollt ihr uns verkack eiern. Ninja Warrior Germany Allstars. Sonntag 20.15 Uhr. Du neist ihn ja. your, du neist ihn ja. Nein, 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 nein.